Hallo Leute, willkommen in Olivers Garten. Ja, worum geht es in dem heutigen Video? Ich möchte euch ein bisschen über meine überwinternden Chilis berichten. Die habe ich natürlich an unterschiedlichen Standorten postiert. Ihr wisst, ich liebe Überraschungen und Experimente, deswegen geht es natürlich nicht, dass die nur an einem Standort sind. Ja, es sind unterschiedliche Standorten mit unterschiedlichen Settings. Ich finde das immer ganz spannend, so bin ich für das nächste Jahr auf jeden Fall gewappnet und weiß, wie ich die Chilis am optimalsten sozusagen versorge. Und für euch vielleicht auch eine wichtige Information. Das ist klar, dass ich die natürlich wieder mit euch teile. Ja, am Schluss gibt es natürlich noch einen kleinen Einblick in meine bisherigen eingeplanten Chilisama, wie es denen geht. Ja, ich hoffe, ihr findet das Video spannend. Wenn ja, bitte Daumen hoch und lasst mir vielleicht ein Abo da. Wir sind momentan 43 Leute. Es ist immer wieder der Stand, den ihr hier erfahren wollt. Ich würde mich auf jeden Fall über mehr Abonnenten freuen. Ich bin froh, dass ihr 43 dabei geblieben seid. Ja, und jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als ab mit dem Intro zu sagen. Viel Spaß. Ja, wir sind hier nun in meinem Winterquartier von meinen Chilis. Ja, ein paar schon gut aus, ein paar weniger. Fangen wir an mit der, leider Gottes, den kann man leider vergessen. Ich glaube, das war irgendwie so ein Piri-Piri. Ja, der hat es echt nicht geschafft, leider Gottes. Die anderen sind ziemlich okay, muss ich sagen. Das ist der Dragon Eggs Duggler. Ja, mit dem bin ich ganz zufrieden. Der gibt schon ein bisschen Gas, wie man hier sieht. Die oberen schauen jetzt nicht so extrem gut aus, aber das wird schon, glaube ich. Ich habe jetzt alle auf jeden Fall nochmal gegossen. Hier, Brown Egg. Ja, auch bei dem sieht man schon die ersten Erfolge. Aufgrund eines Austriebs. Ja, was wieder einmal nicht so ideal ist, ist hier der Pharmaus Calapeno. Ja, der schaut auch schon eher ziemlich ausgetrocknet aus, aber wie gesagt, den, das war leider Gottes immer wieder ein Wackelkandidat bei mir. Aber, ja, so ist das halt, leider Gottes. Ja, wahrscheinlich das Namenstag verloren gegangen, leider Gottes, beim Umzug hierher. Ich weiß leider Gottes nicht ganz genau, welcher das ist. Auch bei mir daheim habe ich leider einen, der keinen Namenstag mehr oben hat. Also, ich muss ein bisschen recherchieren, welcher das sein kann. Ja, was soll ich bei dem sagen? Ja, die oberen Äste oder Astverzweigungen sind leider schwarz. Schwarz ist eigentlich auch nie eine gute Geschichte. Ich befürchte, die sind am Absterben. Aber natürlich gebe ich allen auf jeden Fall noch eine Chance. Ich lasse sie auf jeden Fall hier noch stehen bis zum Frühlingsbeginn. Sie kommen dann raus. Das wird auf jeden Fall hier die zweite Basis, meine zweite Chili-Basis hier. Und schauen wir mal weiter, wie es dann alles funktioniert. Ja, hier, Congo Trinidad. Eine echte Freude, der treibt volle aus. Also, Congo Trinidad ist gesichert. Das ist eine super Sache. Ich glaube, die kleineren Äste, die es wirklich vielleicht nicht geschafft haben, das muss ich mir dann noch ein bisschen später anschauen. Oder im Laufe des Frühlings werden natürlich weggeschnitten. Die braucht natürlich keiner. Weiter hier zum Brown Egg. Ja, der schaut auch nicht richtig gut aus. Ich glaube, der hat versucht anzutreiben, aber ich bin jetzt nicht ganz regelmäßig hier, leider Gottes. Ja, schaut leider auch nicht so richtig gut aus. Ja, kann man nichts machen. Brown Egg. Was ist mit dem Jalapeno hier? Also, hier ist noch eigentlich alles grün. Er treibt zwar noch nicht aus, aber schaut auch nicht so ganz übel aus. Leider Gottes stellt sich der Autofokus nicht gescheit ein. Wie ihr seht, ich habe die Halle ziemlich aufeinander getürmt, dass die beim Fenster stehen können oder im Hell zumindest. Bringt das gleich weiter zum Bio-Chili. Oh, der schaut auch leider ganz schlecht aus. Ja, also. Ja. Ja, dürftiges Pflänzchen, leider Gottes. Ja, kann man leider nichts machen. Hot Chili. Ja, das schaut nicht so schlecht aus. Alles noch grün. In grüner Bereich zu sagen. Ja, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Aber ich bin guter Hoffnung. Was mich wirklich gefreut hat, war der karibische Chili Fatali. Ja, also der gibt richtig Gas, wie man sieht. Die sind alle am gleichen Standort. Und der freut sich so richtig schon auf das neue Jahr. Ja, das schaut richtig gut aus. Gefällt mir gut. Obwohl auch hier stellenweise wirklich die schwarz sind. Das schaut wirklich irgendwie abgestorben aus. Oder ist wahrscheinlich abgestorben. Na ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, und leider Gottes ein persönlicher Verlust für mich. Mein Chili Harbour Nero Golden. Ja, also das schaut wirklich auch leider Gottes ganz, ganz, ganz schlecht aus. Und ich setze jetzt nicht mein vollstes Vertrauen da leider rein. Also das heißt für mich, bei allen, die jetzt irgendwie höchstwahrscheinlich abgestorben wirken, gibt es natürlich ein Backup in Form von Kernen, die ich letztes Jahr natürlich gesichert habe. Ja, das ist halt ein bisschen schade. Aber das ist, wie gesagt, ein Experiment. Alle hätten es, glaube ich, oder wäre super, wenn es alle geschafft hätten. Aber ja, so funktioniert das halt leider Gottes nicht immer, wie man sich das wünscht. Aber ich habe da noch zwei im anderen Raum und die schauen wir uns auch noch gleich mal an. Ja, hier sind die letzten zwei, beziehungsweise vier, kann man sagen. Ja, leider, leider hier Saritgat. Tut mir sehr leid. Schaut wirklich nicht, nicht, nicht gut aus. Hat es hier wahrscheinlich nicht geschafft. Ich habe natürlich dennoch alle gegossen, das ist eh ganz klar. Schauen wir mal, vielleicht packen sie es noch. Wie gesagt, es tut nicht weh, dass die hier stehen. Was mich um sie mehr freut, ja, schaut sich das an. Da geht halt wirklich was ab. Hier ist der Lemon Drop. Der hat wirklich schon ziemlich Gas gegeben, aber ich befürchte, das sind so vergeilte Triebe, wie man sagt. Das ist, wenn die richtig in die Sonne ziehen. Ich habe die jetzt ein bisschen auf diese Y-Dinger gegeben. Schau mal, ich hoffe, die holen sich noch. Wirklich ordentlich gegossen. Und da hier, was mich wirklich richtig freut, ist der Gänse-Schnabel da hinten. Also, wow, ja, das ist der, der am schönsten jetzt ausgetrieben hat. Ja, und leider, der sich leider überhaupt nicht gerührt hat, ist der Hungarian Black. Auch hier, leider Gottes, schaut nicht gut aus, leider Gottes. Also, ich glaube, lustigerweise, ich habe von einigen keine Kerne. Also, das hat mich wirklich sehr, sehr stark gewundert. Also, ich muss da viel mehr aufpassen, welche Kerne ich save. Ich habe natürlich eine bestimmte Anzahl an Chilis tiefgefroren, das ist ganz klar. Das werde ich auch noch herzeigen, wie ich das gemacht habe. Und die werde ich auf jeden Fall jetzt mal aufgrund dieser Erkenntnis heute auftauen. Und dann natürlich die nachziehen, beziehungsweise, ich hoffe, dass die Kerne aus dem Tiefkühler dann dementsprechend auch noch antreiben werden. Das ist wieder, ich bin, ich wanke von einem Experiment ins andere. Also, wie gesagt, das waren einmal jetzt die Chilis in der Außenstelle. Ein paar sind was geworden, ein paar nicht. Kann man nichts machen. Und damit wieder zurück. Ja, das ist ein weiterer Standort von mir. Wie man sieht, oder wie man in meiner Stimme hört, tut es ein Stiegenhaus. Ja, hier habe ich auch eine hergebracht. Das ist der Golden Treasure Paprika. Schaut eigentlich ganz gut aus. Da kommen auch schon ein paar Sprösslinge. Da treibt es schon ein bisschen aus. Das hier ist der Schokohaber Nero. Der ist leider ein bisschen befallen von solchen grauslichen Wiegen. Die habe ich aber eh schon, hier sieht man sogar noch eine Frucht. Habe auch schon die mit einem Wasser-Öl-Gemisch versucht abzusprühen. Aber, ja, das schaut leider wirklich nicht so gut aus. Aber wird sich erholen, da bin ich mir sicher. Hier der Carolina Reaper. Ja, der schaut leider auch nicht richtig gut aus. Obwohl, ich verstehe es nicht. Ihr seht es, die stehen überall gleich. Und ich halte meine Hand dazwischen, weil der Autofokus leider sonst nicht funktioniert. Ja, der schaut auch abgestorben aus. Ja, also ich hoffe, der kommt durch. Weil auch die Samen schauen nicht so richtig gut aus. Ja, 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 ja. Nein, ich hoffe, das wird noch was. Das wird mir sehr leid tun, ja. Hier ist der Chili Thai. Den habe ich jetzt auch ein paar Früchte weggenommen, weil auch der, ja, die stehen halt nebeneinander. Das ist halt alles sehr ungünstig hier. Auch schon ordentlich eingesprüht mit dem Öl-Wasser-Gemisch. Also, aber trotzdem, der schaut ganz gut aus. Außer ein paar halt ausgedorte Pflanzenteile. Aber im Großen und Ganzen schaut er ganz gut aus, muss ich sagen. Ja. Ich weiß nicht, ob du es hier kennst. Meine Charabita. Eieieiei. Na ja, ich bin gespannt, ob das noch was wird. Weil momentan schaut es nicht so richtig gut aus. Ich habe schon einige Samen eingepflanzt von denen. Weil ich befürchte, dass der leider sehr schlecht aussieht. Na ja, wir werden sehen. Und hier auch meine zweite Schoko-Habonero. Auch leider befallen. Natürlich auch schon ordentlich eingesprüht. Ja, die Schälinge, das ist halt wirklich eine Sache, die Geschichte leider Gottes. Ja, was will ich noch machen? Na ja, ich werde weiter versuchen, die zu behandeln. Vielleicht habt ihr ja noch eine gute Idee. Ich glaube, es ist nämlich so, dass die Blätter sich so total klebrig angefühlt haben. So eine Art Blattläuse oder so, habe ich mir gedacht. Leider sehr mühsam. Deswegen habe ich es mal eingesprüht mit... Ich fiele schwer noch Nehmöl. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Vielleicht könnt ihr mir in die Kommentare was reinschreiben, wie ihr eure Pflanzen behandelt, die befallen sind. Na ja, was soll's. Da muss man durch. Aber sonst, sie sind grün. Wenn die Schädlinge mal dann weg sind, hoffentlich, dass sie dann wieder ein bisschen angasen werden. Von der Temperatur auch halbwegs normal. Wir kennen sie in jedem Stiegerhaus. Ja, so ist das jetzt momentan auch ein bisschen Standort. Und ich schaue dann noch mal in den Keller ins Haus und dann werde ich mal das Video abladen. Abloben. Abladen. Ja, so lustig. Na gut, bis dann. So, hier sind wir im winterlichen Kellerquartier, wo ich auch einige Pflanzen lagere. Und experimentell lagere, wie man hier sieht, mit Pflanzenlichtern. Ganz spannende Sache. Ja, der Mini-Chocolate-Bell. Ist zwar jetzt keine Chili, aber dennoch. Ich habe mir gedacht, da kommt den Rettest noch mal. Auch hier die Bio-Erdbeere habe ich versucht zu überwintern. Das ist die Rote Kirsch. Das schaut jetzt schon nicht mehr ganz richtig gut aus. Leider kein Grün zu sehen. Was haben wir da? Den gelben Kirsch. Das schaut, dass man es hier gut sieht. Ich mache ein bisschen das Licht an. Das ist schon noch Grün. Also Grün zu sehen. Leider Gottes kein Austrieb. Der Ferens Tender Paprika auch eher schlecht. Aber eh, eh, eh. Chili-Tea Young Medium. Schaut noch ganz gut aus. Das ist eine feine Sache. Ich glaube, das wird auf jeden Fall auch. Wie man sieht hier, treibt er auch noch aus. Oder treibt er schon wieder aus. Ja, fällt mir nie ein. Rosmarin genau. Ja, endlich. Rosmarin. Ja, auch die hier schaut nicht so ganz ideal aus. Aber ja, das ist eigentlich eher seine Gaudi-Pflanze. Und ich habe im Garten eh noch einen Riesenstock. Also, ich habe mir gedacht, aber bevor ich ihn hinwerde, stelle ich ihn lieber darunter. Ja, hier ist mein geliebter Feigenbaum, der leider Gottes geköpft worden ist. Von einem herunterfallenden Topf. Das war echt total schade. Zum Glück kommt da auch wieder mal ordentlich was nach. Also, naja. Na ja, was willst du machen. Aber ich habe eh auch noch hier meinen, meinen anderen Feigenbaum, den ich im Sommer ja wirklich lieb gewonnen habe. Und wirklich einige Feigen habe gewonnen, gewinnen und habe können, sagen wir es so. Und auch der treibt auch schon wieder aus. Also, alles im grünen Bereich eigentlich. Ja, und hier ein spannender Topf. Treibt zwar aus, aber ich muss gestehen, ich weiß jetzt gerade nicht, welche, auch nicht welcher, welcher das ist, weil offensichtlich beim Umzug oder beim Runterziehen, der das Tag, das Namens-Tag verloren gegangen ist. Ja, Coup-Surprise, würde ich sagen. Wir werden sehen, was da draus kommt, aber treibt brav aus. Halt auch hier wieder die Hand davor. Treibt aus. Super Sache. Also, das ist das winterliche Quartier mit dem Kunstlicht, weil hier ist wirklich ganz, ganz, eigentlich ziemlich dunkel und es hat um die 10 Grad. Also, schaut aber ganz, ja, es ist so Hälfte, Hälfte. Na ja, der rote Kirsch, das ist doch noch ein bisschen grün. Das ist jetzt in der Kamera, im Kameralicht halt ein bisschen anders, aber wir werden sehen, was sich so ergibt. Ja, der Ferienz-Tender. Auch hier noch ein bisschen grün. Wie gesagt, ich gebe allen auf jeden Fall die Chance und wir werden sehen, wie es weitergeht. Wie gesagt, hier komplettes Kunstlicht. Die Experimente, die ich hier wirklich mache, spannende Sachen für mich, das erste Jahr auf jeden Fall und ich hoffe, euch auch und damit gebe ich zurück. Servus! Ja, heute ist der perfekte Sonnentag, um nachzuschauen, wie es meinen bisher gepflanzten Chilis geht. Wie ihr seht, ich habe das auf einer Wärmematte hier und mit seiner Überdeckung, damit das Mikroklima ideal ist. Was ich doch immer wieder hier mache, ist das Kondenswasser, wie auch bei dem, das Kondenswasser auszulernen und abzuwischen, weil das, ich habe nachgelassen, angeblich den Schimmel fördert und das ist natürlich ganz, ganz schlecht für die Pflanze und für die Erde. Also das mache ich immer wieder mal. Und ganz spannend jetzt, wie man sieht, top, top, top. Also die kommen schon recht drauf. Ich bin ganz begeistert. Jetzt hätte manche, manche da ist noch wirklich das Körnel auf den, auf den, ich weiß nicht, wie man die nennt, diese ersten Blätter, Anzuchtblätter oder Keimblätter. Ja, ich weiß nicht, ich habe bei einigen versucht, aber glaube ich schon letztes Jahr, die runterzugeben. Man muss da wirklich unfassbar aufpassen, was ist das, reißt man die wirklich, die sind ganz zart, diese Pflanzern und reißt auch mal ganz schnell den kompletten, den kompletten Kopf ab sozusagen und das ist natürlich ganz, ganz schlecht. Dann kann man die natürlich sofort schmeißen. Deswegen, ich habe mal gehört, man kann die irgendwie so ein bisschen einweichen oder so, dann kann man die leichter runternehmen und weil sie da total weich sind von der Haut her, aber das lasse ich dabei noch. Da werde ich glaube ich auch nochmal auf einem YouTube-Video irgendwie nachschauen, wie das genau gemacht wird und wie man das richtig gut machen kann. Aber wie man sieht, denen gefällt es richtig gut hier. Natürlich, heute habe ich ein Glück und es ist Morgensonne und das schaut richtig gut aus, oder? Also es ist jetzt knapp bei dem eine Woche her, seitdem ich die eingepflanzt habe. Wie gesagt, ich habe immer vier eingepflanzt, man sieht es, ja, bei denen sieht man es gut, da sind wirklich alle vier gekeimt, super Sache. Bei anderen kommen erst zwei und bei anderen drei und bei anderen dabei noch eine. Wie gesagt, so sieht es aus ganz am Anfang. Ja, aber bei manchen kommt noch gar nichts. Das ist irgendwie total lustig. Vor allem, die erste Reihe habe ich mit Carolina Reaper Summon belegt sozusagen, aber da kommt auch noch keine Einzige. Also das schaut womit dann noch nicht so richtig gut aus für die Carolina Reaper. Naja, was passiert hier? Das ist eigentlich das Aufzugsbecken, wollte ich sagen. Ah, Blödsinn. Das sind meine Spezialgeschichten, da habe ich so Pfingstrosen und Weintrauben und alles mögliche, aber ich glaube, die brauchen noch ein bisschen länger. Das ist das andere. Das ist das andere hier, was aber nur halb, ich sehe jetzt halb, also oder gar nicht auf der Matte steht. Naja, das ist natürlich, kommen natürlich schon auch, wie man sieht hier, vereinzelt aber nur. Die sind das erste gekommen, die hier, die ganz rechts, das sind, glaube ich, Penny Highland oder so, wenn ich mich recht erinnere. Aber eindeutig weniger Aktivität, muss man sagen. Also ich habe beschlossen, dass ich mir noch eine zweite Wärmematte kaufe. Ja, dass die alle auf einer Wärmematte stehen. Naja, da muss ich auf jeden Fall nachkaufen, weil ich will, dass die optimal keimen, das ist ja ganz klar. Das sind meine kleinen Schätze und ich will, dass da auch im Sommer schon dann richtig, richtig schön, was abwerfen. Was ich mir natürlich auch schon überlegt habe, ist, wie im Garten jetzt ein zusätzliches Licht, weil ich will halt nicht, dass die ausgallen, sagt man, das ist ja ein irrsinnig blödes Wort, leider Gottes, aber wie man hier sieht, die sind richtig schon lang und hier ist dann die Sonne und ja, nicht, nicht, dass die so diese Sonne wirklich, sie tendieren natürlich hin zur Sonne, aber am Anfang kann es schon sein, dass die richtig so zur Sonne schießen und natürlich sehr, sehr viel Energie aufwenden, um möglichst lang zu werden, um viel Sonne zu bekommen und das nennt man ausgleichen, glaube ich, also, wie ich nachgelesen habe, aber ich glaube, das stimmt so. Naja, schauen wir mal, so lang die hat mich da noch noch viel, viel mehr wachsen, aber ich glaube, das waren wirklich die Ersten, die da gekommen sind und genau das wollte ich sagen, dieser Topf hier und diese Töpfe habe ich eine Woche vorher ausgesehen und wie man sieht, hier ein eindeutig besseres Ergebnis mit Wärmematte, also das Experiment ist sozusagen quasi gelungen, ich werde dennoch eine zweite Wärmematte ordern, weil ich will, dass die auch gescheit was werden, das ist ja klar. Soviel zu meinem Ansuchtsbeckenversuch heuer zum ersten Mal im Jänner. Ich melde mich dann wieder nächste Woche und mal schauen, wie es in und dann geht. Ich will, ich will, ich will